Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Lichterweisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal was komplett anderes, obwohl das habe ich schon häufig gesagt bei anderen Videos. Aber dieses Mal geht es um ChatGPT, einem neuronalen Netzwerk, was komplette Texte und Dialoge erstellen kann. Das habe ich heute mal ausprobiert. Ich habe mir nämlich da einen Vortrag generieren lassen. Also ChatGPT hat mir einen Vortrag zum Thema künstlicher Intelligenz generiert. Und das Ganze lese ich dann auch nicht selbst vor, sondern die Sprachausgabe habe ich von Mimic3 generieren lassen. Also guckt euch das mal an, wenn euch sowas interessiert. Kommen wir erst mal zum Teil, den ich noch selbst geschrieben habe. Was ist dieses ChatGPT eigentlich? Das ist erst mal so ein neuronales Netzwerk, aber nicht so wie andere Dinge ist es nicht offengelegt. Es ist proprietär. Ihr könnt über eine Schnittstelle, über eine API darauf zugreifen oder ihr könnt auch über die Webseite von diesem OpenAI darauf zugreifen und damit euch quasi unterhalten. Das Ganze ist so ein Chat-System. Ihr stellt eine Frage, dann ChatGPT antwortet darauf oder generiert anhand von statistischen Modellen natürlich eine Antwort für euch. Das Ganze funktioniert mehr oder weniger gut. In meinem Fall eigentlich erschreckend gut, was da rausgekommen ist. Und interessant dabei ist auch, dass es vorherige Gesprächsteile mit einbezieht. Also wenn ihr dann so eine Frage stellt, wie kannst du mir mal einen Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz generieren, dann bekommt man da einen Text erst mal raus. Und dann habe ich gesagt, hier, jetzt hätte ich auch gerne mal die erste Folie, die zweite Folie und die dritte Folie davon. Und da sind halt aufeinanderbauende Folien sogar mit einer Agenda am Anfang rausgekommen. Und das war alles in sich ziemlich schlüssig. Die Texte, die nachher bei ChatGPT rauskommen, die solltet ihr natürlich nicht für bare Münzen nehmen. Also allgemeine Skepsis sollte man natürlich immer haben. Das gilt aber nicht nur für Dinge, die von einem Computer, von so einem neuronalen Netzwerk generiert wurden, sondern natürlich auch eben um Texte, die von Menschen generiert wurden. Wer erinnert sich vielleicht noch an die gefälschten Reportagen von Klaas Relotius? Also Skepsis ist immer gut. Natürlich solltet ihr bei dem, was ich euch hier erzähle, auch immer eine gewisse Skepsis haben. Also das, was ich sage, das ist nach meinem besten Wissen und Gewissen. Aber das muss letztendlich ja nicht den Tatsachen entsprechen. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch, wie auch so ein neuronales Netzwerk. Aber da ich das Ganze weiß, habe ich meinen Kanal natürlich auch so benannt, dass das schon im Titel mit drin ist. Denn nicht der Weisheit letzter Schluss. Also von daher kann man sich denken, dass das eben nicht alles perfekt ist. Ja, genau. Wieder zurück zum ChatGPT. Das kann auch Quelltexte generieren in verschiedenen Programmiersprachen. Ich habe damit mal kurz rumgespielt. Ich habe ChatGPT gebeten, mach mir mal so eine ganz billige Warenwirtschaft, wo ich Produkte und die vorhandenen Mengen eintragen kann. Das Ganze soll über so eine einfache PHP-Eingabemaske gemacht werden. Und ich habe ChatGPT denn auch danach gefragt, ja, kannst du mir auch nochmal SQL-Quelltext dafür machen, damit ich auch eine Datenbank und eine Tabelle damit generieren kann. Das Ganze sah erst mal auf den ersten Blick auch ganz gut aus. Ein paar kleine Probleme sind da mit drin, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon erschreckend gut. ChatGPT ist, wie anfangs erwähnt, keine freie Software. Das ist proprietär, es ist nicht offengelegt. Im Moment hat es den Status von einer Free Research Preview. Also eine, ja, kostenlos zu nutzende, ja, Entwicklungsvorschau. Also die wollen im Moment mal probieren, wie das Ganze bei Menschen ankommt, dass auch da Feedback zurückkommt, dass er denen auch sagt, ja, das und das hat dann nicht gut funktioniert. Also die wollen ihr System nochmal deutlich verbessern, damit sie letztendlich auch natürlich ihr Geld wieder reinkriegen. Ist ja auch vollkommen legitim. Und es steht noch nicht fest, was dieser Endkundenpreis nachher sein wird. Also es wird sehr höchstwahrscheinlich niemals offengelegt werden. Ihr werdet für die Generierung von Texten, von Textblöcken, da weiterhin zahlen müssen, wie bei den anderen OpenAI Produkten. Ja, und wie der Preis für, keine Ahnung, für tausend Worte oder sowas ist, keine Ahnung, wir stehen noch nicht fest, wird man sehen. Ihr könnt auf der Produktseite da hin und wieder mal vorbeigucken. Da steht vielleicht demnächst irgendwas Erhältnis dazu. Ja, meine nächste selbstgeschriebene Folie, generelle Gefahren bei weiterer Auslagerung von Kompetenzen und Zuständigkeiten. Also ein bisschen von dem ganzen Komplex neuronale Netzwerke, künstliche Intelligenz oder wie auch immer man das Ganze nennen will, habe ich mal überlegt, wie das ist. Naja, macht es das Ganze schlechter, wenn wir jetzt noch weiter in die Richtung computerbasierte Verfahren oder künstliche Intelligenz gehen für unseren Alltag? Und wie weit gibt es eigentlich schon, ja, die Auslagerung von Kompetenzen und Zuständigkeiten an irgendwelche Rechnungssysteme oder Rechner allgemein? Das haben wir bis jetzt ja eigentlich schon in vielen Bereichen. Also vielleicht relativ bekannt ist der Schufa-Score, wo man nicht weiß, wie das funktioniert. Also irgendein Algorithmus, der geheim gehalten wird, der berechnet halt, wie kreditwürdig wir sind. Ja, und da gibt es viele weitere Algorithmen, die unser tägliches Leben jetzt schon bestimmen. Das sind keine künstlichen Intelligenzen oder so irgendwas. Da wird ein mathematischer Algorithmus, der diesen jenen und welchen Faktor nimmt, das zusammenrechnet und hinterher kriegt man eine Zahl raus, die dann sagt, ob man kreditwürdig ist oder ob man diese jene, welche Versicherung kriegt oder Kredit oder Krankenkasse oder was weiß ich alles. Also das wird überall irgendwo schon so gemacht. Meine Zusammenfassung von dem ersten Punkt ist, das haben wir bereits jetzt schon. Also Kompetenzen, die früher bei Menschen waren, die sind an Algorithmen schon wahrscheinlich sehr, sehr lange ausgelagert worden. Nein, das ist insofern nichts Neues. Dann zum Thema Blackbox, dass man als Kunde eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen kann, wie in größeren Firmen irgendwelche Dinge ablaufen. Also sowas wie die linke Hand, die eine Abteilung, weiß nicht, was die rechte Hand tut, die andere Abteilung. Das ist jetzt nichts Neues. Darum habe ich da in Klammern mal hingeschrieben. Das war wahrscheinlich schon immer so. Also wir können als Kunde oder als jemand, der einfach abhängig ist von einem Unternehmen oder auch von einer Behörde oder sonst was, diese ganzen Entscheidungsfindungen, die innerhalb von diesem Komplex ablaufen, überhaupt nicht nachvollziehen. Also wir haben so eine Blackbox vor uns. Und besonders blöd ist es dann hier in so einem Fall, wenn man ja eigentlich reklamieren möchte, wenn man sich irgendwie beschweren möchte oder es zu irgendwelchen Problemen kommt. Und man kommt einfach überhaupt nicht mehr zu den Stellen durch, die überhaupt handlungsfähig sind. Stichwort Callcenter, wo man mehr oder weniger freundlich denn so einen Fragenkatalog, so einen Standardfragenkatalog entgegen geblasen kriegt. Und dann hinterher können sie einem doch nicht helfen oder sagen, ja, das machen wir. Und dann passiert halt gar nichts. Aber die Abteilung, die sich um das Raushauen von Mahnungen kümmert, die läuft einfach weiter, obwohl am Telefon einem gesagt wurde, ja, wir kümmern uns darum. Wir haben das Problem erkannt und wir wollen das jetzt lösen. Und also diese Probleme, das ist, ja, war wahrscheinlich schon immer irgendwie so. Ob das jetzt ein Telekommunikationsunternehmen ist oder was weiß ich alles. Also dieses Problem, dass man als Kunde vor so einem großen Unternehmen steht und überhaupt nicht weiß, wie kommt man daran und wie kriegt man sein Problem gelöst. Alles nichts Neues. Diese Entscheidungsfindungen, die wir jetzt ja auch schon nicht nachvollziehen können und wo wir uns auch nicht unbedingt effektiv gegen wehren können oder eingreifen können. Wir kriegen was von der Firma entgegengesetzt. Hier so und so ist das, musst dich dran halten und die ignorieren einfach unsere Eingaben und sowas ist nichts Neues. Die Situation wird sich aber auch nicht verbessern, wenn man jetzt diese Entscheidungsfindungen, die vielleicht in dem Callcenter anhand von so einem Fragenkatalog stattfinden und wo eventuell noch mal ein Mensch ist, der noch ein bisschen irgendwo sein kleines Rädchen in dieser großen Maschinerie ein bisschen drehen kann. Wenn man das jetzt auch noch wegspart und ersetzt durch hyperkomplexe KI-Modelle, die wir nicht nachvollziehen können, in die wir nicht reingucken können, wird diese Situation noch mal schlechter für uns als Kunden oder einfach als Menschen, die davon abhängig sind, dass Dinge funktionieren und wir können sie nicht mehr beeinflussen. Das würde ich sagen, wird noch mal einen Tick schlechter für uns. Und ein weiterer Punkt ist, ja, quasi Gewöhnung. Also Menschen gewöhnen sich ja sehr schnell an irgendwelche, ja, Verfahren, habe ich das mal sehr allgemein genannt, so nach dem Motto, das war schon immer so und wir haben uns einfach dran gewöhnt, das war schon immer schlecht, aber ja, es war schon immer so. Und diese Verfahren, egal was es jetzt ist, ob das jetzt nun KI-Modelle sind, man wird sie einfach irgendwann akzeptieren und darauf zum gewissen Prozentsatz auch irgendwie vertrauen. Zum Beispiel diese Autoassistenzsysteme, die ja kein autonomes Fahren eigentlich können, aber Menschen neigen da irgendwann dazu, dass diese Aufmerksamkeitsschwelle einfach runtergeht, dass man sich einfach darauf vertraut, dieses System, naja gut, das hat bis jetzt eigentlich ganz gut gelenkt und so, ach, da gucke ich doch mal kurz auf mein Handy und ja, da gucke ich nicht mal so unbedingt auf die Straße. Und ja, wir vertrauen darauf, dass diese Technik einfach unsere Aufgabe übernimmt, was sie gar nicht hundertprozentig leisten kann. Sie ist dafür nicht entwickelt oder sie kann es noch nicht und wird es vielleicht auch niemals können. Wir werden es irgendwann mal sehen, ob es klappt. Das Blöde an der Sache ist im Moment, dass der Mensch immer noch die volle Verantwortung trägt. Also innerhalb von Sekundenbruchteilen muss man eine Fehlentscheidung von so einem KI-System, wie dieses Autoassistenzsystem, muss man selbst überschreiben und dafür sorgen, dass man niemanden überfährt. Und da man relativ lange ja darauf vertraut hat, naja, es ist jetzt 100 Kilometer gut gegangen oder 200 oder wie viele auch immer, dann nimmt diese Aufmerksamkeit einfach ab. Aber man ist dennoch schuld, wenn auf einmal plötzlich was passiert. Halte ich für problematisch, das so zu machen und insgesamt das Auslagern von Prozessen, von Verfahren auf technische Umsetzungen halte ich für alle Betroffenen einfach für schlecht. Ja gut, so viel zu meiner Meinung dazu mit Dingen, die mir durch den Kopf gegangen sind, die ich einfach mal irgendwie so ein bisschen hier in so eine Folie reinpacken wollte. Das könnt ihr komplett anders sehen, aber ich wollte das einfach mal loswerden. Dann kommen wir gleich zum ersten Punkt, was ChatGPT erstellt hat. Also ich lasse es auch gleich mal vorlesen, dann bin ich hier auch aus dem Bild raus, dann machst du so Puff, vielleicht macht da so einen lustigen Ton noch ein, dass ich dann da weg bin. Das erste, was ich ChatGPT gefragt habe, ist, meine Frage war einfach bloß, was ist ChatGPT? Und da kam ein folgender Text raus. Ich kann nicht genau sagen, was ChatGPT ist, da es mir nicht bekannt ist. Es ist möglich, dass ChatGPT ein Chatbot ist, der auf einem natural langweiligen Prozessin mit Modell wie Subgenerative Pre-Training-Transformer basiert. ChatGPT ist ein maschinelles Lernmodell, das für die generative Textkomposition entwickelt wurde und in der Lage ist, menschlinischen Text zu produzieren. Ein Chatbot, der aufs Ort basiert, könnte in der Lage sein, auf Benutzeranfragen zu antworten und eine Unterhaltung zu führen, indem er natürliche Sprache verwendet. Allerdings könnte ChatGPT auch ein anderes Produkt oder eine andere Anwendung sein, die ich nicht kenne. Es wäre hilfreich, wenn Sie mehr Informationen darüber hätten, um Ihnen besser helfen zu können. Das ist in den nachfolgenden Folien auch so. Also am Anfang habe ich dann hingeschrieben, was meine Frage war. Also hier wollte ich wissen, schreibe mir mal eine Begrüßung für einen Vortrag zur Künstlicher Intelligenz. Das ist meine Frage. Und das hier hat ChatGPT daraus generiert. Also auch so mit Lückenplatz, sodass man da einen Namen eintragen kann. Finde ich ganz gut aufbereitet. Also kann man so machen. Dann, was ich sehr interessant fand, war, dass aufbauend auf meine, ja, das ist ja nicht immer eine Frage, auf meine Anforderung daher, schreibe mir eine Begrüßung für einen Vortrag zur Künstlicher Intelligenz. Das war die erste Eingabe, die ich dort gemacht habe. Und dann wollte ich als nächstes haben, erstelle mir die erste Folie. Und dann kam das hier daraus und in allen weiteren Folien, die ich haben wollte, habe ich dann einfach gefragt hier oder einfach gesagt hier, erstelle mir die zweite Folie, erstelle mir die dritte Folie und so weiter. Und ChatGPT hat einfach diese Folien erstellt. Also ich habe das zwar hinterher hier in mein Folien-Schema so eingegeben, aber das ist wirklich alles exakt so, wie ChatGPT das erstellt hat. Ja, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Oder vielmehr, ihr guckt euch das an. Ich bin quasi weg. Ich lasse es vorlesen. Und ja, genau. Also ich bin damit quasi schon durch. Da habe ich nochmal als Hinweis hier gemacht, ne, falls ihr die Folien bloß guckt. Und ab dieser Seite bin ich quasi raus. Ich habe das nicht mehr erstellt und ich lese es auch nicht vor. Dann noch zu dem Teil, wo ich es nicht vorlese. Also das Vorlesen geschieht durch Mimic 3. Das ist zum Glück freie Software. Unter der AGPL 3. Das ist eine Software zur Sprachsynthese, also TTS, Text-to-Speech. Aus einem Text wird einfach gesprochene Sprache. Mit dem Mimic 3 kann man verschiedene Sprachen auch ausgeben, generieren lassen. Also Französisch, Englisch natürlich und viele weitere Sprachen mehr. Und es gibt auch dafür die Möglichkeit, dass man Deutsch hat in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe das mal gemacht hier mit dem Thorsten. Das ist einer von diesen KI-Sprechern. Ich fand der Klang am besten. Und es gibt eben noch ein paar andere. Und dann gibt es auch verschiedene Modi. Man kann auch noch sagen, dass man jetzt ein Modell haben möchte, was das so ein bisschen lallend vorliest, als ob man besoffen ist. Oder man kann das so vorlesen lassen, als ob es traurig ist, als ob es neutral ist und verschiedene andere Varianten. Das geht auch. Bevor ihr damit selbst rumspielen wollt, könnt ihr euch das auch mal auf der Informationsseite angucken. Das Mimic 3 ist ein Teil von MyCraft. Das ist so ein Sprachassistenzsystem, was auf freier Software basiert. Und dieses Mimic 3 ist dieses Modul, was euch irgendwelche Statusmitteilungen vorlesen würde. Aber ihr könnt es eben auch verwenden, damit ihr Texte in gesprochene Sprache umwandelt. Auf dieser Informationsseite gibt es auch Beispiele, wo einfach mal Mimic 3 verschiedene Sachen vorliest. In verschiedenen Sprachfärbungen, mit verschiedener Betonung und so weiter. Dann wisst ihr schon mal ungefähr, was dabei rauskommt. Und wenn ihr das Ganze selbst installieren möchtet, gibt es auf der Projektseite alles, was ihr dafür braucht. Ich habe dafür mal die Punkte rausgezogen, die man braucht, um das jetzt auf so einem Linux Mint zu installieren. Ich habe ein Linux Mint 21 genommen. Da haben wir zum ersten erst mal dieses lib-espeak-ng1-Paket. Das wird gebraucht. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, das zu übersetzen an der Stelle. Egal. Also das Paket braucht ihr auf jeden Fall schon mal dafür. Da das Ganze in Python geschrieben ist, legt ihr eine virtuelle Umgebung an. Dort werden spezielle Python-Zusatzpakete installiert. Und damit das mit eurem übrigen System nicht in Kollision kommt, macht man so eine virtuelle Umgebung drumherum. Das ist so ein bisschen wie so ein Schrut, falls euch das was sagt. Nachdem diese virtuelle Umgebung angelegt wurde, müssen wir die auch noch aktivieren. Das machen wir so. Und dann installieren wir eine neue Version von diesem PIP. Das ist der Paketmanager für Python 3 Pakete, der PIP 3 hier. Und dann installieren wir diese MyCraft Mimic 3 TTS, alle Pakete. Und dann kriegen wir haufenweise Pakete dazu, die in dieser virtuellen Umgebung drin sind. Und wenn das alles funktioniert hat, können wir hinterher Mimic 3 als neues Kommandozahlenprogramm aufrufen. Wir können über Minus Minus Voice angeben, dass wir hier den Thorsten haben wollen, der eben Deutsch spricht. Wenn ihr eine Grafikkarte drin habt, die CUDA unterstützt und die Treiber habt, könnt ihr auch noch Minus Minus CUDA angeben. Dann wird die Berechnung von der Ausgabe auf der Grafikkarte gemacht. Das geht dann deutlich schneller. Wenn ihr es nicht habt, lasst ihr das weg. Und es gibt auch verschiedene zusätzliche Befehle. Da macht ihr einfach Mimic 3 Minus Minus Help und dann kriegt ihr die Liste. Die Ausgabe von dem Mimic 3 ist eine WAV-Datei. Die könnt ihr umleiten mit dem Pfeil hier in eine Ausgabedatei. Eine Ausgabewave-Datei. Und der Eingabe-Pfeil, der übergibt die Textdatei hier, also ein Text hier habe ich dir einfach mal genannt für Eingabe. Da der Inhalt, der wird übergeben an Mimic 3 per Standardeingabe. Also Standardeingabe durch den Pfeil hier wird da reingeschmissen. Standardausgabe, die WAV-Datei, wird in diese Datei geschrieben. Ja, und hinterher haben wir dann das, was der Thorsten uns da Wunderbares erzählt. Ja, das war es dann auch für dieses Mal, bevor ich jetzt quasi übergebe an ChatGPT und Mimic 3. Die übernehmen hier die weiteren Folien und erzählen euch das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird euch gefallen, obwohl ich da ja quasi keine Aktien drin habe. Ja, macht es nach, macht es nicht nach. Probiert es einfach mal aus. Bildet euch eure eigene Meinung. Darum geht es ja auch immer. Guckt euch das an und glaubt nicht alles, was ihr lest und überhaupt. Genau, und abonnieren hier, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Der Großsong, lieber Name. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über künstliche Intelligenz. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und hoffe, dass Sie interessante Einblicke und neue Erkenntnisse mitnehmen werden. Künstliche Intelligenz ist ein spannendes und vielseitiges Thema, das sich stetig weiterentwickelt und immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine lehrreiche und anregende Diskussion führen werden. Mit freundlichen Grüßen. Dein Name Einführung in die künstliche Intelligenz Agenda Was ist künstliche Intelligenz? Die Geschichte der Key Die Anwendungsfelder der Key Die ethische Fragen und Herausforderungen Die Zukunft der Key Einleitung Willkommen zu unserem Vortrag über künstliche Intelligenz. In den nächsten Minuten werben wir einen Überblick über das Thema, die geben und uns mit seiner Geschichte, seinen Anwendungsfeldern und den damit verbundenen ethischen Fragen und Herausforderungen beschäftigen. Abschließend werfen wir einen Blick auf die Zukunft der Key und diskutiere mögliche Entwicklungen und Implikationen. Was ist künstliche Intelligenz? Die ist ein breit gefächertes Gebiet, das sich mit der Erstellung von Systemen beschäftigt, die menschliche Leistungen erbringen können. Dazu gehören beispielsweise das Erkennen von Mustern, das Lösen von Problemen, das Erlernen von neuen Fähigkeiten und die Kommunikation mit Menschen. Key kann in verschiedenen Formen auftreten, wie zum Beispiel als neuronale Netze, maschinelles Lernen oder Expertensysteme. Der Einsatz von Key kann dazu beitragen, Prozesse zu optimieren, Versorzen zu schonen und die Effizienz von Systemen zu erhöhen. Allerdings gibt es auch ethische Fragen und Herausforderungen, die im Zusammenhang mit Key aufkommen können, wie zum Beispiel die Frage nach Verantwortung und Kontrolle im Umgang mit Key-Systemen. Geschichte der künstlichen Intelligenz Die Idee der künstlichen Intelligenz geht auf das Jahr 1956 zurück, als der Begriff erstmals auf eine Konferenz an der Dartmouth-Universität vorgestellt wurde. Die in den Euer- und Euer-Jahren wurden erste Key-Systeme entwickelt, die in der Lage waren, logische Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Durch in den Euer-Jahren gab es einen Rückschlag im Key-Bereich, der als Key-Winter bekannt wurde, aufgrund von finanziellen und technologischen Einschränkungen. Seit den Euer-Jahren hat sich das Key-Forschungsfeld jedoch wieder erholt und hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden und innovativsten Bereiche der Technologie entwickelt. Heute gibt es zahlreiche Anwendungen von Key in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin, der Finanzindustrie, dem Transportwesen und der Kommunikation. Anwendungsfelder der künstlichen Intelligenz Die künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eingesetzt, um Prozesse zu optimieren, Besselsen zu schonen und die Effizienz von Systemen zu erhöhen. Die einige Beispiele für Anwendungsfelder von Key sind 1. Medizin, die kann bei der Diagnose von Krankheiten und der Vorhersage von Behandlungsergebnissen helfen. 2. Finanzindustrie, die wird in der Finanzbranche zum Beispiel eingesetzt, um Betrug zu verhindern und den Handel zu optimieren. 3. Transportwesen, die wird zum Beispiel in selbstfahrenden Autos eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen und den Verkehr zu optimieren. 4. Kommunikation, die kann zum Beispiel bei der Übersetzung von Texten oder der Erstellung von Shutboards eingesetzt werden. Es gibt zahlreiche weitere Anwendungsfelder von Key, die in verschiedenen Branchen und Bereichen zum Einsatz kommen. Ethische Fragen und Herausforderungen bei der künstlichen Intelligenz Der Einsatz von künstlicher Intelligenz birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen und Visiten, die es zu berücksichtigen gilt. Einige der wichtigsten ethischen Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Key sind 1. Verantwortung und Kontrolle, wer trägt die Verantwortung für die Entscheidungen und Handlungen von Key-Systemen? Wie können Key-Systeme kontrolliert werden, um negative Auswirkungen zu verhindern? 2. Diskriminierung und Vorurteile, die Systeme können Vorurteile und Diskriminierung reproduzieren, wenn sie mit unvollständigen oder ungleichen Daten trainiert werden. Wie können diese Probleme vermieden werden? 3. Arbeitsplätze und Automatisierung, die kann dazu beitragen, bestimmte Arbeitsprozesse zu automatisieren. Welche Auswirkungen hat dies auf die Beschäftigung und die Arbeitswelt insgesamt? 4. Privatsphäre und Sicherheit, wie können die Privatsphäre und die Sicherheit von Mützern von Key-Systemen geschützt werden? Es ist wichtig, diese Fragen und Herausforderungen im Vorfeld zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um negative Auswirkungen zu vermeiden und die Vorteile von Key sicher und verantwortungsbewusst nutzen zu können. Zukunft der künstlichen Intelligenz Die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist schwer vorherzusagen, da sich das Key-Forschungsfeld stetig weiterentwickelt und immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Es gibt jedoch einige Trends und Entwicklungen, die für die Zukunft von Key von Bedeutung sein könnten. 1. Verbesserung von Key-Systemen Die Systeme werden in Zukunft wahrscheinlich noch leistungsfähiger und genauer werden, was neue Anwendungsbereiche eröffnen könnte. 2. Indikation von Key in verschiedene Bereiche Die könnte in Zukunft noch stärker in verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Bildung, die Landwirtschaft oder die Energieversorgung integriert werden. 3. Ethische Fragen und Herausforderungen Es wird wichtig sein, die ethischen Fragen und Herausforderungen in Zusammenhang mit Key weiterhin zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 4. Zusammenarbeit von Mensch und Key In Zukunft könnte die Zusammenarbeit von Mensch und Key eine wichtige Rolle spielen, um die Vorteile von Key optimal nutzen zu können. Es gibt viele weitere mögliche Entwicklungen und Indikationen, die die Zukunft von Key betreffen könnten. Es ist wichtig, die Entwicklungen im Key-Bereich auf Merkern zu verfolgen und sich aktiv mit den damit verbundenen Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. 4. Verzieht Künstliche Intelligenz ist ein breit gefächertes Gebiet, das sich mit der Erstellung von Systemen beschäftigt, die menschlinienliche Leistungen erbringen können. 5. Key wird in vielen Bereichen eingesetzt, um Prozesse zu optimieren, Ressourcen zu schonen und die Effizienz von Systemen zu erhöhen. 6. Der Einsatz von Key birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen und Risiken, die es zu berücksichtigen gilt, wie zum Beispiel die Frage nach Verantwortung und Kontrolle, Diskriminierung und Vorurteile, Auswirkungen auf die Arbeitswelt und Privatsphäre und Sicherheit. Die Zukunft von Key ist schwer vorherzusagen. Es gibt jedoch einige Trends und Entwicklungen, die für die Zukunft von Bedeutung sein könnten, wie zum Beispiel die Verbesserung von Key-Systemen, die Integration von Key in verschiedene Bereiche und die Zusammenarbeit von Mensch und Key. Es ist wichtig, die Entwicklungen im Key-Bereich aufmerksam zu verfolgen und sich aktiv mit den damit verbundenen Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen, um die Vorteile von Key sicher und verantwortungsbewusst nutzen zu können. Fragen und Diskussion Ich bitte nutzen Sie die nun folgende Zeit, um Fragen zu stellen und sich mit uns und den anderen Teilnehmern auszutauschen. Mögliche Themen, über die diskutiert werden könnte, sind 1. Ihre Eindrücke und Erkenntnisse aus dem Vortrag 2. Ihre Meinung zu den genannten ethischen Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Key 3. Ihre Vorstellungen und Erwartungen für die Zukunft von Key 4. Erfahrungen, die Sie selbst mit Key gemacht haben oder von denen Sie gehört haben Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion und sind gespannt auf Ihre Perspektiven und Meinungen. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux Open Source Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistung von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt.